Es wird Zeit für Aufklärung. Pornografie. Ihr sollt das analysieren. Na, Fake. Die sind ja nicht doof. Auch irgendwie frauenfeindlich, ja. Nicht bei Lays and Moon. Mega aktiv auf Instagram, TikTok, Snapchat. Ich glaube, wir brauchen Sexualkunde, nicht die. Doch für lockere Aufklärung sind manche zu verklemmt. Porno? Die Eltern laufen stumpf. Ja. Ist ja auch einfacher, als mit den Kids drüber zu reden. Zeigen Sie lieber einen modernen Lehrfilm. Eine Freundeskassette? Der neue Lehrer. Die neuen Folgen. Heute 20.15 Uhr.